Die Leipziger Feuerwehr musste am Mittwochabend zu einem Dachstuhlbrand im Stadtteil Connewitz ausrücken. Laut Polizeiangaben ist das Feuer gegen 21.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Bornaschen Straße ausgebrochen. Das Gebäude wurde evakuiert, die Bewohner von vier Wohnungen sind bei Bekannten untergekommen. Die Brandursache und Schadenshöhe sind bisher nicht bekannt.